Es ist die wohl rasanteste Rallye des Jahres. In nur wenigen Wochen hat die Digitalwährung Bitcoin um mehr als 30% an Wert zugelegt. Ein Bitcoin stand zeitweise bei einem Gegenwert von rund 90.000 Dollar ein spektakulärer Zugewinn. Ist die Digitalwährung jetzt hoffähig geworden? Können Anleger ihr vertrauen? Das versuchen wir heute zu klären im Gespräch mit dem Bitcoin-Experten und FAZ-Redakteur Franz Nestler. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer. Und ich bin Birgit Ochs. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 19. November. Ja, liebe Birgit, du beschäftigst dich ja in unserer Redaktion eigentlich eher mit handfesten Dingen, mit Dingen, die man bauen kann, mit Immobilien. Genau. Was hältst du denn von Bitcoin? Oh, das ist jetzt eine Frage. Also, ich gebe es gleich zu. Ich habe viel zu wenig Ahnung. Ich bedauere das und hoffe, dass ich heute auch ein bisschen klüger hier rausgehe mit unseren Hörerinnen und Hörern. Denn ich habe das Gefühl, das ist ein super wichtiges Thema, denn das ist mir nicht entgangen. Da tut sich ganz schön was, wenn man das so sagen kann, auf dem Bitcoin-Markt gewisserweise. Ja, absolut. Und genau, ich glaube, das Versprechen, das werden wir uns bemühen, dass wir das einhalten können. Aber ich sehe gute Chancen mit. Franz Nestler, der sich wirklich sehr gut auskennt. Ja, ich selbst muss auch zugeben, ich habe immer mal wieder darüber berichtet, aber ich fand, habe das lange Zeit eher als Spielerei und irgendwie Unsinn abgetan. Aber wenn man sich jetzt mal so die jüngsten Kurszuwächse anschaut und dann auch mal so im Freundeskreis immer wieder auf das Thema angesprochen wird, dann kommt man ja schon ein bisschen ins Grübeln. Würdest du denn sogar investieren? Oh, also da bin ich noch wirklich viel zu weit weg. Das ist genau der Punkt. Aber eben ins Grübeln bin ich auch schon gekommen. Denn die Kursaufschwünge waren ja offenbar ganz rasant. Das weißt du jetzt besser als ich. Anfang des Jahres, seit die US-Börsenaufsicht diesen Bitcoin-Fonds, sagt man das so, zugelassen hat, ging es steil nach oben und jetzt zuletzt eben auch nochmal ordentlich. Und ja, deshalb wächst das Interesse und auch bei mir. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir hören doch mal wirklich, was unser Kollege Franz Nestler zu der ganzen Sache sagt. Mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Franz, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Hallo Dennis, ich freue mich auch sehr. Wir wollen heute über den Bitcoin sprechen, den du schon lange beobachtest bei uns in der Finanzredaktion. Anfang des Jahres stand der Bitcoin bei 40.000 Dollar und Stand jetzt, wo wir sprechen, das ändert sich natürlich ständig, aber bei mehr als 90.000 Dollar. War irgendwie diese Entwicklung in irgendeiner Form abzusehen? Naja, was heißt abzusehen? Also jeder, der sagt, es war abzusehen, ist ein Lügner. Anfang des Jahres gab es, glaube ich, schon gute Indizien dafür, dass es für Bitcoin ganz gut laufen könnte. Nämlich als diese börsennotierten Indexprodukte, diese sogenannten ETF auf Bitcoin zugelassen wurden in den Vereinigten Staaten. Und dann ist es natürlich eine halbwegs einfache Rechnung. Die Nachfrage steigt. Das Angebot steigt nicht. Dann steigt der Preis. Die Frage war halt Anfang des Jahres, wie groß wird die Nachfrage tatsächlich sein? Wie viel wird tatsächlich gekauft werden von institutionalen Investoren? So, und deswegen wusste man nicht, bleibt das Ding stabil, weil es schon eingepreist ist, dass das zugelassen wird? Oder wird er durch die Decke gehen? Aber es gab zumindest schon Anzeichen dafür, dass es nach oben gehen könnte in den kommenden Wochen und Monaten. Jetzt hatten wir ja in den letzten Wochen eine wichtige Wahl in Amerika mit einem neuen Präsidenten Donald Trump, der dann Anfang des Jahres ins Amt kommen wird. Und das hat den Bitcoin erstaunlicherweise auch nochmal einen Schub verpasst. Wobei Trump doch früher eher so als Bitcoin, sagen wir mal Kritiker oder er hat das glaube ich sogar mal Betrug genannt, bekannt war. Was hat sich jetzt bei Trump geändert? Wie stark trägt er zu dieser Rallye bei? Ich steige vielleicht einen Schritt früher ein. Also Republikaner an sich waren ja immer gut für die Finanzbranche, was die Themen Deregulierung zum Beispiel angeht. Das war auch schon unter den Altpräsidenten Bush zum Beispiel so. Das ist jetzt keine große Neuigkeit, dass die Finanzbranche eher auf Deregulierung setzt. Und Trump, du sagst, er hat seine Meinung gewechselt. Auch da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Er sagt, er hat seine Meinung geändert. Also Donald Trump ist notorische Lügner und Betrüger und der sagt alles, was gerade opportun erscheint. Gerade setzen sehr viele darauf, dass Donald Trump verschiedene Sachen machen könnte, die gut für Kryptowährungen da sind, beziehungsweise ein positiveres Umfeld schaffen. Da wird zum Beispiel immer genannt Gary Gensler. Das ist der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht, der eher sehr immer auf der vorstiegenden Seite war, was auch diese Bitcoin-ETF angeht, dass der abgesetzt wird. Allein durch so eine kleine Nachricht könnte da dann schon viel passieren, was die Aufsicht von Bitcoin angeht. Darüber hinaus gibt es noch andere Ideen von ihm. Eine nationale Bitcoin-Reserve. Er hat eine eigene Digitalwährung, die dafür sprechen, dass es eine leichte Regulierung gibt. Aber auch nochmal, Donald Trump sagt alles, was ihm opportun erscheint. Und deswegen werde ich auch bei den Krypto-Aussagen selbst als Krypto-Anhänger eher vorsichtig. Es ist aber schon ein bisschen verrückt, oder? Er ist ja tatsächlich als kommender Präsident, will er, so sieht es aktuell aus, in die Kryptobranche einsteigen. Ist das überhaupt rechtlich zulässig? Er hat sich auch so einen Titel verpassen lassen, ich glaube von seinen Söhnen, Chief Crypto Advocate. Das passt irgendwie zum Marketing-Menschen Trump. Aber ist das überhaupt zulässig? Naja, also diese Krypto-Anhängerung, die er dort gemacht hat, also das Interessante daran ist, man kann diese Währung nicht handeln, weil das wäre dann verboten. Man kann sie kaufen, dann aber nicht handeln. Und damit, so ist das zulässig, aber das als Digitalwährung zu bezeichnen, das ist halt einfach eine Möglichkeit gewesen, in meinen Augen, Donald Trump im Wahlkampf dort zu unterstützen. Ob man damit wirklich Geld machen kann, wenn das Ding nicht mal mehr handelbar ist. Und es gibt übrigens auch keinen Weg, dass das handelbar wird. Man müsste dann, die ganze Regulierung müsste umgestellt werden, das müsste genehmigt werden. Und ich glaube, bei den aktuellen Problemen, die die USA und auch die Welt im Allgemeinen hat, wird es nicht an oberster Stelle stehen, seine eigene Digitalwährung handelbar zu machen. Weiß man natürlich bei ihm tatsächlich nie so ganz, aber ja, wir hoffen das mal. Dann gibt es eine zweite Idee, vielleicht können wir über die kurz sprechen. Ist, glaube ich, von einer republikanischen Senatorin aufgeworfen worden. Man könne so eine Art Reserve in Bitcoin aufbauen in den USA und das wird ein bisschen so analog gesehen zu einer klassischen Ölreserve zum Beispiel. Jetzt mal die Frage, ist das eine gute Idee und wie finden das eigentlich die Bitcoin-Anhänger, die ja eigentlich immer so ein bisschen ursprünglich mal gegen das klassische Finanzsystem waren? Finden die das gut, dass das jetzt quasi so vereinnahmt werden soll? Oder würdest du sagen, das Ganze ist noch sehr rudimentär und wer weiß, was daraus wird? Im Zweifelsfall Zweiteres, das ist natürlich sehr rudimentär und diese Senatorin ist bislang auch nicht dadurch aufgefallen durch große Finanzregulierungsthemen oder Digitalwährungsthemen. Grundsätzlich geht es darum, du hast doch schon ganz richtig gesagt, dass man eine zweite oder überhaupt eine Reserve in Digitalwährungen anlegt. Die ganz grobe Idee von Donald Trump war einmal, dass die Gelder, die der Staat beschlagnahmt hat, weil sie aus illegalem Handel kommen, dass diese angelegt werden in einer Reserve, dass die nicht mehr veräußert werden. Bislang wird das Geld, was durch Drogenhandel, was dort auftaucht, was dort beschlagnahmt wird, wird heute verkauft und die Idee ist eher, ob man das in diese Reserve überführt, aber auch da, das ist halt ein ganz rudimentärer Punkt. Und Bitcoin-Anhänger, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt nicht den Bitcoin-Anhänger. Du hast so vielleicht zwei Ebenen. Du hast die einen Leute, die genau das sagen, was du gerade gemeint hast, Distanz vom Staat. Ich glaube, die sehen das nicht so gut. Aber die Leute, die Bitcoin halten, weil sie darauf auf Wertsteigerung setzen, die sehen das natürlich gut, weil jeder Bitcoin, der irgendwo gehalten wird, wird nicht verkauft und gehandelt. Das heißt, wieder eine Verknappung des Angebots. Das heißt, wieder könnte der Kurs steigen. Und genau auf diesen Hoffnungen basiert ja auch die aktuelle Rallye gerade. Und klar, wenn jetzt verschiedene, zum Beispiel, man könnte das ja auch über Notenbanken machen lassen, wenn die als neuer Spieler dazukommen, dann ist das natürlich einfach erstmal ein Preistreiber. Vielleicht können wir an der Stelle wirklich, Franz, du bist ja bei uns derjenige, der schon mit am längsten auf diese Entwicklung schaut des Bitcoin. Nochmal für denjenigen, den oder diejenigen, die das noch nicht so mitbekommen haben, das Grundkonzept von Bitcoin, wie das funktioniert. Also weil du ja schon gesagt hast, also klar, die Nachfrage steigt, dann steigt der Preis. Aber was ist eigentlich genau dahinter? Naja, vielleicht die Idee von Bitcoin, die lag ursprünglich daran, wenn man sich ansieht, wann dieses White Paper entstand. Das war zu Zeiten der Finanzkrise in den Jahren 2008. Und dort herrschte ein großes Missfrauen gegenüber Zentralbanken, gegenüber staatlichen Institutionen, weil diese haben ja letzten Endes die Welt zumindest sehenden Auges in diese Finanzkrise schlittern lassen oder es sogar noch aktiv befördert. Und daraufhin entstand diese Idee einer digitalen Währung, die niemandem gehört, die sich nur sich selbst verwaltet auf einer Blockchain, so nennt man den technischen Hintergrund dahinter, die nicht manipulierbar ist, wo nicht mehr ausgegeben kann, weniger ausgegeben kann, wo einfach jeder weiß, wie viel Bitcoin wann ausgegeben werden, wie das entsteht. Das ist vollkommen transparent. Und das war die ursprüngliche Idee dahinter. Eine Digitalwährung unabhängig von den Zentralbanken, auf die jeder zugreifen kann weltweit. Und mit einer begrenzten Anzahl an produzierbaren Bitcoin sozusagen. Genau, 21 Millionen ist da die Obergrenze. Was in sich dann einen gewissen Wert schafft. Wenn man sagt, das ist begrenzt, das Angebot, kann nicht jeder haben. Dadurch entstehen einige dieser Preisschübe. Jetzt ist ja interessant, also es haben sich ja schon einige Staaten auch damit beschäftigt, also mit diesen Ideen, von denen jetzt Trump irgendwie für sich vereinnahmt hat. Wie genau er jetzt gerade daran denkt, wissen wir nicht genau. Aber es wurde ja durchaus schon mal umgesetzt. Ein Beispiel ist tatsächlich ein lateinamerikanisches Land El Salvador, die Bitcoin glaube ich auch als gesetzliches Zahlungsmittel sogar eingeführt haben. Ist das eigentlich ein Erfolg? Wie hat das funktioniert dort? Ob es ein Erfolg ist, das ist einfach die Frage, aus welcher Perspektive und in welchem Zeitraum man es betrachtet. Ich würde zwei Ebenen davon einfach machen wollen. Die eine Ebene ist, Bezahlmittel. Meines Wissens nach wird Bitcoin nur zwar als Zahlungsmittel anerkannt, aber aufgrund der Volalität, dass die Kurse so stark steigen und fallen können, wird das eher trotzdem wenig genutzt. Die zweite Frage ist, also der Präsident wollte ja El Salvador zu so einem Bitcoin-Hub machen und hat dazu auch selbst Bitcoin gekauft. Und da ist so die Frage, die man sehen kann, wann verkauft er das oder ab wann bringt es dem Land etwas? Bislang bringt es dem Land noch nichts. Wenn er die heute verkaufen würde, hätte er es dem Land etwas gebracht? Ja, aber hätte es ihm genug gebracht, hätte man das Geld anders oder Gewinnbringende anlegen können? Das ist halt eine sehr hypothetische Frage und kommt halt tatsächlich darauf an, auf den Punkt, wann wird dieses theoretische Geld, was man im Hintergrund besitzt, so umgesetzt, dass es der Bevölkerung, den Menschen, dem Land tatsächlich hilft. Und ich glaube, dieser Punkt ist halt einfach noch nicht erreicht. Könnten denn Staaten, die ansonsten mit dem klassischen westlichen Finanzsystem irgendwie Schwierigkeiten haben, Beispiel Russland, die durch ihren furchtbaren Krieg natürlich keinen Zugriff mehr hatten auf ihre klassischen Devisenreserven, könnte für die Bitcoin interessant werden? Was denkst du da? Interessant und gefährlich zugleich. Also gerade in diesen autoritären Staaten wie China oder Russland wurden Digitalwährungen ja eher verboten, weil man Angst hatte, dass eine Bewegung von Menschen, über die man dann keine Kontrolle mehr über Geld hat, weil da geht es ja auch bei Geld darum, muss man es eigentlich sagen, über Kontrolle, dann auch Zugriff auf eigene Finanzmittel hätte. Das ist letzten Endes für diese Länder eine Abwägungsfrage, genauso wie es für die USA eine Abwägungsfrage ist. Wie viel Risiko ist man bereit, die eigene Geldwertschöpfung aufzugeben, um die Sicherheit oder eine vermeintliche Sicherheit einer Digitalwährung im Hintergrund zu haben, auf die keiner zugreifen kann? Das ist einfach eine Abwägungsfrage und wie die, und bislang beantworten die, man muss es ja wirklich sagen, bislang beantworten die Russland und China zum Beispiel eher restriktiv. Das heißt, man beschränkt das eher ein, die noch so, man sagt, die Erstellung der Dinge wurde blockiert. Deswegen bislang wird das eher noch restriktiv beantwortet. Ich könnte halt eben, also der Punkt ist, dass ich als Einzelner eben dann mein Geld, das meintest du, überall mit hinnehmen kann in gewisser Weise. Und dann kann ich mich auch dem russischen Staat oder wem auch immer entziehen. Und auf der größeren Ebene für den Staat ist es natürlich auch ein Risiko, eben wegen dieser enormen Schwankungen. Und das ist wahrscheinlich auch, glaube ich, der größte Punkt bei den USA. Ich meine, das wäre schon Wahnsinn, wenn die ihr Dollarsystem, in dem sie einfach die Dominante, der Dominante weltweite Spieler sind, sozusagen aufs Spiel setzen würden, indem sie sagen würden, hier, wir haben hier übrigens noch eine andere Währung, die mindestens gleich gut ist. Also das sind alles so Abwägungsfragen vermutlich. Ja, und auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, wenn ich jetzt als Republikaner oder als Donald Trump dort argumentieren würde, könnte ich aber auch sagen, ich mache mir jetzt bereits eine führende Position in Digitalwährungen. Das ist halt auch wieder diese Wette auf die Zukunft. Sprechen wir in 20 Jahren davon, wird man dann den Kopfschirm und sagen, so wie, damals hatten Staaten noch keine eigenen Digitalwährungen oder die haben nicht Bitcoin gehalten. So könnte man auch sagen, die USA versucht sich dort jetzt bereits eine führende Stellung zu sichern. Also es gibt dort, wie bei so vielen Sachen im Leben, gibt es immer Pro und Contra. Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen zum Pro und Contra für den ganz normalen Anleger, über den wir hier im Podcast auch immer eine Hilfestellung geben wollen. Die ganz große Frage, Franz, und die auch wahrscheinlich nicht leicht zu beantworten ist, soll man als einfacher normaler Privatanleger Bitcoin im Portfolio haben. Wie siehst du das? Bitcoin ist halt eine hochspekulative Anlage und das geht in beide Richtungen. Das heißt, wenn man das längerfristig betrachtet, was möchte ich meinem Investment machen, wann möchte ich einen Betrag X zur Verfügung haben? Das ist ja erstmal die Frage nicht, habe ich jetzt eine kurzfristige Wertsteigerung, sondern kann ich damit meine Rente finanzieren, kann ich damit irgendwas finanzieren? Und wenn man dort sich verschiedene Investments mal anguckt, Aktien haben über den Zeitraum der letzten 80 Jahre konstante Wertsteigerungen zu verzeichnen. Gold ist eine sichere Anlage, die auch im Wert gewachsen ist. Es ging auch mal nach unten, aber letzten Endes ging es für Gold oder Edelmetalle im Allgemeinen nach oben. Und wenn ich jetzt Bitcoin sehe, es kann natürlich sein, dass Bitcoin weiter stark steigen wird. Das kann ich nicht ausschließen, das kann glaube ich keiner ausschließen und das wäre auch gar nicht schlimm, wenn das weiter steigen sollte. Also es gibt ja schon die Leute, die sagen, Bitcoin 100.000 Dollar, das war vor 5, 6 Jahren, war das komplett utopisch und wir haben es jetzt, jetzt gibt es die Leute, die sagen, Bitcoin 1 Million Dollar einer. Würde ich auch jetzt sagen, puh, ist viel, aber kann sein, dass das kommt. So, letzten Endes ist es die Frage, vertraue ich darauf, dass das weiter steigen wird oder denke ich, boah, das ist zu volatil, auch weil ich vielleicht das Geld in 5 Jahren schon brauche. Letzten Endes ist das eine Zockerei, weil da steht kein Wert dahinter. Dahinter steht halt nur der Glaube daran, dass das wertvoller werden könnte. Und wenn jetzt zum Beispiel in 4 Jahren ein demokratischer Präsidentschaftskandidat wieder gewählt wird, der sagt, wir veräußern die gesamte Bitcoin-Reserve aus dem einfachen Grund, wir möchten damit neue Projekte im Gesundheitswesen finanzieren, kann das natürlich genauso schnell wieder nach unten gehen. Ich glaube ganz persönlich, es schadet niemanden, so wie man manche Leute setzen ja auch verstärkt auf einzelne Aktien, so ein bisschen Spielgeld, nenne ich es mal, auf eine Digitalwirkung mal zu setzen, mal ein bisschen mitzumachen, zu gucken, wie das geht. Aber ich glaube, als Hintergrund einer Altersvorsorge oder eines längerfristigen Investments, glaube ich, taugt das nicht, weil auch da, man weiß ja nicht, wann man das verkauft. Ich erinnere an den Kollegen bei der FAZ, der hatte sich Bitcoin sehr günstig gekauft. Da habt ihr ja damals auch drüber berichtet, Dennis, und hat es halt dann bei, ich glaube, 30.000 Dollar verkauft und dachte schon, boah, das ist ein riesengroßer Gewinn. Und ich glaube, der Kollege ärgert sich jetzt, dass er es schon bei 30.000 Dollar verkauft hat. Und das meine ich mit dieser Frage des Anlagehorizontes. Wann lohnt es sich, was zu kaufen, verkaufen? Wann brauche ich das Geld oder eben nicht? Ja, guter Punkt. Da müssen wir nochmal hier intern im Haus nachfragen, wie die Laune ist. Auch die erste Wertsteigerung war schon nicht schlecht, aber jetzt hat es sich seit damals doch verdreifacht. Also das ist schon beeindruckend. Aber guter Punkt. Also natürlich ist das kein Kern einer Anlagestrategie, sondern das kann so, ich glaube, es gibt ja diesen Begriff da Core Satellite. Also das kann irgendwie so, wie du es schön gesagt hast, Spielgeld sein. Ich glaube, das ist vielleicht der beste Weg, wenn jemand voll überzeugt ist, kann natürlich auch mehr machen, aber muss dann alle Risiken mittragen, die da mit einhergehen. Ein Punkt noch, weil das ja die Befürworter immer so stark hervorheben. Die sagen ja immer, Bitcoin ist so eine Art neues Gold. Ich weiß, das ist eine ganz große und lang diskutierte Frage, aber wie stehst du denn dazu? Gold ist ja immerhin noch etwas, was ich irgendwie aus dem Boden holen kann. Jetzt kann ich mir auch immer fragen, ob ich mit Gold eigentlich beim Bäcker mal was bezahlen könnte, wenn es denn keine andere Währung mehr gibt. Aber ist diese Analogie aus deiner Sicht richtig? Na ja, neues Gold. Es gibt ja schon Leute, die halten Goldinvestments für Wahnsinn. Und ich möchte da nur Warren Buffett nennen, der das ja wirklich komplett ablehnt, weil der sagt, es ist einfach Wahnsinn, dass wir einem Metall einem Wert zuordnen aufgrund seiner Seltenheit und dann sagen, das ist eine Anlage. Deswegen sagt ja auch Warren Buffett immer, geht in Aktien. Und so ähnlich, glaube ich, ist das aber auch bei Bitcoin. Natürlich, es gibt starke Schwankungen, aber wenn man das wirklich als, also es wäre eine andere Art von Reserve oder von Rohstoff. Das wäre halt ein Rohstoff, der sehr stark schwankt, der nicht zuverlässig ist, der aber auch ein Depot vielleicht im Zweifelsfall sogar absichern kann. Wenn man sagt, ich habe dort fünf Prozent von meinem Depot, habe ich dort drin und das Ding verzehnfacht sich von 100.000 auf eine Million, dann wären auch mal ein paar Prozent weniger auf einem DAX-ETF oder auf dem NSCI World zu verkraften. Deswegen, da hängen ja ganz viele Sachen hinten dran. Und letztendlich ist es wie bei Gold ein Glaubensinvestment, nur dass man weiß, bei Gold über Tausende Jahre. Das hat sich als Glaubensinvestment bestätigt. Und bei Bitcoin sprechen wir halt von einem Zeitraum von, sagen wir mal, zwölf Jahren, seitdem es die erste Transaktion gab, wo sich das da eben noch nicht bestätigt hat. Dann vielleicht abschließend, Franz, für wen ist Bitcoin auf gar keinen Fall zu empfehlen? Für Leute, die nervös sind, die Leute, die glauben, die sich sicher sind, sie brauchen das unbedingt. Bitcoin sollte wirklich für jeden nur etwas, wenn man denkt, ich gucke mir das mal an. Jeder, der irgendwas darauf legt, irgendeinen Glauben oder als Grundlage für eine Altersversicherung, den würde ich immer davon abraten. Und letzten Endes, persönlich würde ich immer nur Sachen kaufen, die ich verstehe, wie ein Geschäftsmodell ich verstehe. Ich würde mir generell nicht Sachen kaufen, wo ich weiß gar nicht, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Ich möchte das schon gern verstehen, wo mein Geld ist, was passiert denn da gerade. Und bei Bitcoin, da kann es halt einfach sein, Donald Trump setzt am nächsten Tag einen Tweet ab und die Leute drehen total durch in eine der beiden Richtungen. Er kann sagen, ich habe mir das angeschaut, Bitcoin ist nicht umweltfreundlich genug. Das hat zum Beispiel Elon Musk von jetzt auf gleich gesagt. Auf einmal ist der Kurs um 15 Prozent abgesackt. Und da gibt es ganz viele Beispiele aus dieser Bubble, wo ich sagen würde, seid eher vorsichtig damit. Das ist ein gutes Schlusswort. Lieber Franz, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Sehr gern, Dennis. Bis bald. Ja, Dennis, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Franz? Also für mich war spannend, nochmal zu erfahren, der Bitcoin hat also seinen Grundcharakter eigentlich nicht verändert. Es war schon immer so, dass es eine Art Glaubensfrage war, ob ich davon überzeugt bin und ich und andere, ob man davon überzeugt ist, dass der Kurs weiter steigen wird. Es ist sozusagen schwierig zu sagen, was fundamental wirklich dahinter liegt. Es ist eben erstmal eine Idee, der aber ein gewisser Wert zugemessen wird. Und wie immer bei Ideen kann man sich lange darüber streiten, wie hoch dieser Wert ist. Das fand ich spannend. Was hast du gelernt? Du hast ja dir viel erhofft. Genau, ich habe mir viel erhofft. Und ja, das hat mich jetzt doch bestärkt, dass ich mit meinem wenigen Wissen wirklich ganz schön hintendran offenbar bin. Denn jetzt habe ich gelernt durch das Gespräch von Franz und dir, dass es sich dabei nicht nur um irgendwie eine verrückte Idee handelt, wo ein paar Nerds schon irgendwie unterwegs sind und sich damit beschäftigen und da Geld machen, sondern dass das eine ganz große Gruppe von Menschen ist. Und ja, das war mittlerweile wirklich von Profi-Anlegern, Fondsgesellschaften, aber auch Privatanlegern, dass sie das längst auf dem Schirm haben und ja, du und ich uns vielleicht mal ranhalten müssen. Jedenfalls uns mehr damit beschäftigen müssen als bisher. So sieht es aus. Und damit sind wir auch schon wieder beim Ding der Woche. Lieber Dennis, was hast du mitgebracht? Ja, jetzt hatten wir hier sehr viel Digitalwährung, sehr viel Computer irgendwie, sehr vieles, was so ein bisschen nicht greifbar ist. Dann habe ich gedacht, komm, lass uns noch mal zu was Greifbaren kommen und sowas, was viele Leute auch gerne mögen, ein Ferrari. Ein Ferrari? Ich wusste gar nicht, dass du ein Auto hast bisher überhaupt. Und das zweite wäre dein Gehalt. Lässt es offenbar auch zu? Nein, also falls das irgendjemand hört, so weit ist es noch nicht. Leider nicht. Und ich habe auch noch immer kein Auto. Ja, es geht um was anderes. Okay, jetzt machst du es spannend, raus damit. Ja, es geht um Michael Schumachers letzten Ferrari. Man erinnere sich, der fuhr ja noch lange Formel 1, aber bis 2006 ist er für das italienische Ferrari-Team gefahren und das war seine letzte Saison. Und tatsächlich ist das letzte Auto, das er für Ferrari gefahren ist. Ich habe mich noch mal kundig gemacht. Das ist ein Ferrari 248 F1, Chassis Nummer 254 für alle Experten unter uns. Und der wird derzeit von Sotheby's versteigert. Und immerhin hat Schumacher mit diesem Auto fünf Grands Prix gewonnen. Gut, ich sehe ein Interesse in deinen Augen aufblitzen oder eher nicht? Nein, was kostet der Spaß? Ja, nein, also wie viel genau es werden wird, die Auktion läuft, wird jetzt im Laufe der nächsten Stunden zu Ende gehen. Dann werden wir das sehen. Aber man kann sich natürlich anschauen, wie gingen ähnliche Auktionen aus. Es gab mal einen Schumacher Ferrari Saison 2003 und der neue Besitzer musste damals umgerechnet rund 15 Millionen Euro zahlen. Ich glaube, das ist hier außerhalb unserer Möglichkeiten. Absolut. Das ist was für unsere wirklich ganz vermögenden Hörer und Hörerinnen. Ich habe nicht mal eine Garage. Also genau. Für uns ist es einfach eine tolle Anekdote. Und das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt und schauen Sie auch gern mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.